Beim letzten Live klärt Theon wie es dazu gekommen ist, dass er beschwebst ist. Dieser Satz ist so süß, hört ihr das einmal an. Alta alta ralte kazi. Alta alta hater heißt beschwebst sein und die Endung halte kazi heißt bis. Schonmal. Alta alta ralte kazi. Wine ma시고. Und dann bekommt er eine Frage, ob er im Fitnesscenter war. Er kennt, dass er eine Frage zitiert, indem er einen Satz mit nyaku endet und und dann fängt er an seinen Musli zu zeigen und weißt du was? Richtig, richtig süßes, wie er dann verlegen wird. Sich auf die Brust angreift und sagt, 조금 더, ein bisschen mehr. Und dann wird er total verlegen und dann sagt er, Hey, 이런 거 그만하자. Ach, hören wir auf mit so was. 조금 더. Hey, 이런 거 그만하자. Und dann erwähnt er, ich war einmal in dem Video und versuch einmal, ob du das heraus hören kannst. 보고 싶어서 왔습니다. 보고 싶어서. Weil ich euch vermisse. 보고 싶어서 왔습니다. Und das Video endet dann so mit, dass er sagt, dass er nicht schlafen kann in letzter Zeit. Jumin, da 잠이 안 와. Dann richtet er eine Bitte an die Fans und sagt, ich bitte euch darum, dass ihr etwas hochladet. Upload, englisches Wort. Es ist sehr gut, ich liebe euch. Bitte an deuter. Mitarbeitest und ich liebe euch euch.